Am Freitag, den 5. April ab 19.30 Uhr wird im Club Take 5 die Miss Salzburg 2013 gekürt. Die offiziell schönste Salzburgerin darf sich neben dem Einzug ins große Miss Austria-Finale auch über einen nagelneuen Fiat 500 des Autoparks Grödig freuen, der sie für die nächsten drei Monate sicher und stylisch zu ihren Terminen bringen wird. Die Boutique Voy Vision of Image in der Linzergasse 38 kleidet die Kandidatinnen in individueller, exklusiver Frühjahrsmode und brillant strahlenden Abendroben auf dem Catwalk.